So, jetzt ist es soweit. WM-Kartoffelroder reinigen. Ich lasse den zuerst laufen, damit die trockene Erde abkältet. So, Trock und Lauf fertig, Dreck zusammen wischen. Und hier, so viel Erde ist da abgefallen beim Trockenlauf. Zuerst feuchte ich die ganze Maschine mit dem groben Schlauch mit viel Wasser ein, schwemme den gröbsten Dreck ab und dann kommt der Hochdurchleiniger zum Einsatz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.